Hallo und willkommen zurück zu Abaddon 3, ja wir reden jetzt erstmal mit Redbeard, dann damit, dann werde ich hier diese Dinger verarbeiten und dann werden wir mal weiterschauen, ähm, da ist auf jeden Fall ne Menge noch zu machen, erstmal mit Redbeard reden. Redbeard watches you silently, waiting to hear what you have to say, his piercing gaze leaves you feeling constantly off guard, as if you should be confessing to something, you feel like generations of hands before you, very worried about the consequences of wasting Redbeard's time, I want to know more about the war, good, your efforts have earned us the freedom to look for other targets, there are currently four major fronts of the war, Chimeria, the Wildrum Rebellion to the south, the warborn of the south east, the armies of the tavern empire to the east, as a hand, you should know of all of them. Hmm, das erste hat man ja schon früher, Wildrum Rebellion, mal gucken, was er da jetzt zu sagt. Madness, a waste pure and simple, the tribes of the south and Wildrum decided their practices and traditions were more important than anything, than anything, better than say bla bla. Madness, what news of the rebellion, I believe they will be true to their word, they were being destroyed. Everton saved them, all of the rebel tribes saw it happen, now that we have one of the tribes, the leaders will be forced to follow, they will do this knowing the consequences. Every leader of a rebel tribe must be executed, such treason cannot go unpunished. My only hope is, that I am present to see them die. Won't the Wildrum fight against that? No, they know that. If they fight, the villagers will be destroyed, along with their chieftains. Delivering justice for their treason is of their highest importance. Don't worry though, the rebel chieftains will submit. They have at least that much honor. I have another question. Um, more about you. Do you have hobbies? Hobbies? Private interests? I have lived a long time, I have had many interests. I painted ones, I collected Deremite figurines, I studied the arts of the Tinkermages. None of it held my interest. My hobby is the game of politics. Moving the pieces around the board of Lyneos is what I do. There is no better sport. How old are you? I don't know what the official figure is. I come from humble origins. I don't know the exact number. It is well over 90. A healthy number. I know how I will die. But the day has not come. You are getting old, Redbeard. Perhaps, but I am powerful still. The graveyards of the Pact are full of corpses of those who underestimated me. Your answer marks you as foolish. Do not make the same mistake they did. Another question. I met Overseer. I want to learn about Avedon. Hey, I should be asking you. You were just there. I have not been there in a while. I do appreciate your fetching the things I needed. Are you feeling better? I am. I am very fortunate. Few touched by the awesome lethal magic of the corruption remain permanently untouched. What do you want to know? I need to know what I will be returning to when I resume control. When I return, as I will, his hands start to tremble. What have Prutus and the council and the other parasites and traitors done to my mighty fortress? Will it be strong again? Avedon is still a mighty force to be feared. Redbeard doesn't hide his displeasure at this response. No, this can't be true. Avedon is weak and confused. It does not act. It does not fight. Your vision has been fogged. I hesitate to ask, but what of the Acting Keeper? You have met Prutus? How is he as a leader? Acting Keeper Prutus is a competent leader. Redbeard loses his temper at last. You too, Cordano! You betray me! You side with traitors! I would rethink my opinions if I were you. There will come a time of reckoning. I promise it. I advise you to be on the right side. Leave me! I need time to... He waves you away. I met Overseer Levent of Goldcrack in your tower. It takes a moment for Goldbeard, Goldbeard, Redbeard to remember Levent and Goldcrack. After you fill him in, he says, ah yes, since the war began, Avedon was flooded by pity lords who lost their lands, all begging for our help regaining them. I hardly need to ask, but what did he want? He wants your help. His people wants to return to Goldcrack. Hmm, interesting. Normally I wouldn't care. However, Goldcrack is in our path and it is important. And he thinks for a bit, then he grins. Goldcrack has its name for a reason. There used to be some productive minds in that area. This is an opportunity. We need to watch for opportunities. What do you want? Tell Overseer Levent I will make sure he gets back his precious town. In return, I claim a share of any gold they still have cashed around their own. Take that message. We need gold to fund our lonely little war here. I see a valuable chance to get it. What else did you need? I'm reporting for my next mission. Bradbeard indicates the maps you brought spread out in front of him. We have a good opportunity here. The Warborn have been brutally raiding the pact's southern lands. However, they are wild creatures. Delas is losing control of them. Delas is coming to regain control. He is close now. I think I know where they are meeting. What I need are the forces to make an assault. We are still too few. We are near the city of Goldcrag and there is a pact force here I want to use. You will go there and command dear it. How do you know where Delas is? Do you recall the coded papers you found in Chimeria? When you hunted down that minor lord's son, they became useful at last. They are so interesting that I might even trade them to acting impostor Prutus. For resources and power, of course. Were those maps helpful? Are you angling for compliments? You are here to listen to orders. Don't waste my time. What is the situation of Goldcrag? The stalemate. Three forces of warborn, wretches, ogres and titans moved in to take the town. Brave pect soldiers held them off. There was a long standoff. Many of the warborn, in their childish way, moved off to raid elsewhere. Now the commander and his soldiers are still tied up there. Held in place by small bands of the enemy. I can make use of them. How can I convince the commander there to help us? Talk to him. We have been very clever in the past. I think you can convince him to give us his aid. Freeing Goldcrag will probably suffice. To aid you in this, I am giving you certain special permissions. Authority beyond what hands usually receive. What special permission are you giving me? Normally, we never accept the farlanders as allies. Open arms within and the stonewall beyond. In this case, to turn the warborn against each other. If you wish, you can pick one of their three factions to receive my favor. A chance to ally with the pact. Wretches, ogres or titans. You can pick one. Observe them and use your judgment to see if one of them might be an asset to the pact. Or if none are worthy, just destroy them. I will judge you on the wisdom of your choice. I have another question. Right there, blah, 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 blah. Okay. That is all I need. Then back to the struggle, Cordano. We have hope of ending this war. Do not waste it. Dann reden wir hiermit. When you approach the crystal, it starts to glow. The soft voice of Delis emerges from it. He sounds calm. Almost merry. Is that you, Cordano? Yes, it has been some time. A vague humanoid figure is visible within the stone. Yo, I have been to Avedon, haven't you? For the first time? Yes, I returned to Avedon. Of course. Because Redbit is unwell. I already knew, of course. You did. I have spies all through the pact. I spent so many years placing them. Now I am rewarded for my hard work. I learned so much. Yet, I confess, there are things I don't know. So, I have a question to ask you. You have spies in Avedon? It's hardly a challenge. So many people travel in and out. Dozens every day. It is easy to get the more basic bits of information and gossip. But much is hidden from us, though. The eyes are cunning. I won't tell you what is happening in Avedon. Ask a question. As you speak, the crystal starts to hum gently. You have met Protoss. I have not. Not ever. You have taken his measure. I think Protoss is a better leader. Better for the pact. Better for the Farlands. I think he is reasonable enough to even bring peace. Do you agree? I don't agree. I was impulsive and vicious. And that is what we need now. I agree. Protoss has done a lot for the backfrored fortress. He is interesting and leading. Not his ego. Not vengeance. Yet, you are trapped with Redbeard. So unfortunate. Perhaps in the future I can. 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 Then as before. The humming grows louder and then fades. The little figure disappears and the stone grows dim. Hm. Na gut. So. Dann werden wir als nächstes dieses Schmiededing angehen. Die Sachen verarbeiten. So. Dann schauen wir mal. Was kann ich denn hier? Verbessern. Das hier könnte eine Verzauberungsverstärkung irgendwie brauchen mit mehr Verteidigungsirgendwas. Ja, oder wir machen mehr Intelligence drauf. More Protection from Magical Attacks. Nehmen wir das. Mhm. Enchantments. Da geht nichts drauf. Da könnte man einfach die Stärke verbessern, aber... Da ist was drauf. Ah, da könnten wir auch was Besseres brauchen. Na, da haben wir doch immer diesen dämlichen Helm. Naja. Dann, ähm... Da müsste irgendwas super tolles drauf. Auf dem Bogen weiß ich nicht, ob man da was verbessern kann. Increase your strength. Ne, gut nicht. Belt of Battle. Da mach ich aber irgends nen Schutz drauf. Aber nicht dieses... Dieses Billig-Ding. Mhm. Path of the Shield. Mhm. Ist auch nicht schlecht, aber... Also, das ist Sexterity. Das ist Strength. 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 Das sind dieselben... Das ist Intelligence. Okay. Wir können grad mal schauen, wie sich der Schutz hier verteilt. Ähm... Magic Fire Cold. Die könnte auf jeden Fall mehr Elemental brauchen. Deutlich mehr. Also, das beispielsweise. Falls wir denn hier noch gegen Elemental was haben. Näh. Curses, Acid, and Poison. Näh. Curses, Acid, and Poison. Näh. Die krieg ich überall schon ganz gut. Fire Cold Magic ist... Ja, schlecht. Und... Ja. Ja, da hab ich... Das eine ziemlich hart gestackt. Weil wir könnten natürlich auch Int weiter steigern. Vermute mal, dass es das Ähnliche bringt. Curses, Attacks, to miss more often. Hm. Na komm, mach mal hier... Das Int drauf. Und dann machen wir diese ganzen Schrott-Dinger. Wie hier. Auf diese Müll-Items. Ja. Mhm. Das hier ist jetzt alles Stärke. Ja. Naja. Gut. Dann gehen wir als nächstes wegen der Library gucken. Jetzt sind wir an der Entrance von einem enormen, sehenden, roten Bessiled Cavern. Es ist eine spannende Sight, du musst dich für einen Moment stoppen und dich in. Die Cave ist voll von Chasms, rivers von Magma flowen an den Boden, senden orange lighten aus den Krevissen. Der Narrow stone ridges running between the Chasms. You can see Infernal Guards patrolling the pathways. You can barely see, through all the smoke and soot, a single spire rising out of the magma in the middle of the hall. If you want to see what is on it, you'll have to get closer. Risking the anger of Infernals all the way. Da liegt Kram rum. Schrott. Schrott. Elixir of Battle. Leather Cap. Das ist alles Müll. Okay. Ich hoffe, ich werde erst noch mal zu Ende Aha Da geht's dann möglicherweise zum richtigen Hort Ah, da liegt ne Leiche rum Drake Gussanz Hallo This used to be some sort of workshop or laboratory It hasn't been used in a very long time A Drake has decided to claim it You interrupt the creature in the process of gathering stones for a nest When you get close, the beast lets out along his arse I wondered when Zethron would send down Morseless for his guests to eat You will do Kalida whips out her blade You are not lunch for you creature We are hands of Abaddon The Drake snarls I don't care, nobody will ever punish me Nobody will know what happened to you after I eat you It lunges at you Hm Hm Did I not Minor Folk Vorslk . Hmmmm... 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 Okay. Eilum. Hmmmm Sieht immer aus wie ein AOE, ist es aber nicht Äh Hmmmm Naaah Äh Das ist jetzt schon so ein bisschen eng hier Hmmmm Naaah Schade Viel hätte nicht gefehlt, aber Gut, das geht aber verhältnismäßig einfach Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt hier dann Ärger bekomme von einem Drachen Hmmmm Hmmmm Hier baut sich da eine kleine Armee zusammen Hmmmm Ruction drauf Hmmmm Hmmmm Ich muss mal irgendwie da durchmanövrieren Na, wieder gestunnt Hmmmm Die muss ich selber heilen gleich Äh, wenn sie drankommen würde Gut Gut Ja 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 Ah Ja Nichts Villers Okay. Der hängt jetzt da fest. Ich weiß nicht, ob das den Drachen überhaupt verletzt. Ja, tut's. Jetzt müsste ich natürlich auch da in die Suppe rein. Oh, die hält sowieso genug aus. Das sollte kein Problem sein. Das ist dann schon eher ein Problem. Ja, wenn der Dace nicht jedes Mal am Anfang wäre, wäre es halb so wild. Ja, gut, der greift dann oben in den Turm an. Mhm. 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 Nein. Ah. Distant. Weil jetzt dann habe ich meine Leute sehr schön quasi verteilt. Wenn der jetzt irgendwas fettes castelt, dann sollten zumindest nicht alle betroffen sein. Mhm. 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 Okay, der muss jetzt weg oder der müsste heilen. Machen wir eine Heilung. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Mhm. 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 Ja. 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 Nein! Ah, verdammter Mist. Wieso ist der nicht dazwischen gelaufen? Na, scheiße. Ah, nochmal. Sehr gut. Es wird irgendwie nicht besser, obwohl der Kampf eigentlich nicht schwer ist. Aber es sind halt immer ein paar Zufallskomponenten, die sich mir in den Weg stellen. Nächstes Mal kam kein Event. Ah, ich mach's nochmal. Gehen wir da mal durch. Diesmal bin ich aber nicht direkt paralysiert, was ja auch nicht schlecht ist. Also gedazed. So, ähm... Das war jetzt schon logisch. Die muss jetzt weg. Und sich selber mal heilen. Das lohnt sich schon nicht, die anzugreifen eigentlich. Das war's. Das war's. Und da war's. Und da war's. Oh, okay. Wir könnten versuchen, mir mal einen zu besuchen. Den zu übernehmen. So, dann können jetzt beide runter und den angreifen. Bisher hat er ja noch fast keinen Schaden genommen. Ah, jetzt ist er halb tot. Das hat nicht lange funktioniert. Nicht lange gehalten. Sehr gut. Ja. Blech. Anscheinend müssen wir die jetzt auch noch rumbringen. Die Türme werden es nicht mehr lange machen. Hm. Amf. Und weg. So. Drakeskin. Arrestal Reaction. Mhm. Und bevor ich jetzt aber irgendwas anderes mache. Und auch bevor ich jetzt hier speichere. Werde ich erst einmal zurücklaufen. Und mit dem Drachen reden. Und wenn der mich jetzt direkt umpustet. Dann weiß ich, dass das keinen Sinn gemacht hat. Okay. Die Suppe ist mir vorher. Und die Typen sind mir vorher gar nicht aufgefallen. Ähm. Okay. Dann können wir ja nochmal weitermachen. Ich hatte da aber jetzt nichts besonderes bekommen. Oder habe ich da was vergessen? Ja, halt ein Drake-Leder. Super. Hallo. Ratten. Da ist noch ein Drake. Na, die richtigen getroffen. Ah, der hält aber nicht viel aus. Sollen wir mal demoralisieren. Ne, das ist ein Challenge. Den da. Warcry. Ich will noch mal. Das ist noch nicht möglich. Ich will jetzt noch nicht mehr. Na, die sind mich ein bisschen am rumschubsen Aber Besonders stark sind die jetzt nicht Ups, war falsch Und kaputt Was haben wir denn hier Schönes? Naja Vor allem Dingen Müll Na gut Was haben wir hier unten noch? Okay Ist ja noch viel Hm Da gehen wir später hin Stairs Drei, vier Na, holen wir mal Brennen Brennen Autsch Hmm Hm, nicht gut. Corruption. Da können wir noch einen Turm bauen. Müsst du halt dringend den töten, damit die Magerin nicht stirbt. Ja. Guck mal, ob wir den übernehmen können. Ja. Na, das war ein bisschen dumm. So, der ist jetzt wahrscheinlich schon... Hm. Okay, das Übernehmen ist wieder abgelaufen. Und alle weg. Nächster. Geld. Ein Platinum-Ring. Ist für nichts gut. Makes you harder to hit. Was? The sign you just passed told you that there is a library ahead. Odd place for it. The doors to the north are big enough to barely admit a dragon. The floor is covered with claw marks. Zethron must come down here occasionally. There are two shades guarding the entrance to the library. As you get close, you start to feel dizzy, distracted. You have to concentrate to remember why you are down here. There is some mind-clouding magic down here. Oh, ja. Wie gut, dass das mein Charakter war. Der mich da rausholen kann. Ähm. Aber... Moment. Best one's Horde. It's a Horde in the tunnels and it's funded. Get a good look and report back to Laria. Aber sollte ich nicht irgendwas mit den... Mit der Library machen? Hmm. Beware intruders! Hmm. Hmm. Kann ich dir eine Recharmen? Hmm. 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 Or... Hmm. Hmm. Hmm... Hmm. 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 Which one's gonna do it? hin, denn da ist ja quasi alles, was ich an Stärke habe, wird gegen mich selbst verwendet. Nicht so ideal. Und vorbei. From this platform you can finally get a good look at the spire in the middle of this caldera. It does indeed bear Zathron's horde. There are chests, jars, sweets of armor and other goodies, all kept tantalizing out of reach. Some of the bigger boxes are leaking gold coins and similar trinkets. It turns out, Zathron is wealthy, but not beyond imagining. If Redbird ever needs to borrow enough gold to hire an army, he will have to look somewhere else. Hm. 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 Weiß ich nicht, ob ich die nehmen sollte. Ist wahrscheinlich nicht so gesund. Hm. 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 Heu, zurück! Mh, wahrscheinlich sterbe ich jetzt Naja, kann man nicht durchsterben Wäre nur ungünstig beim Kampf Hm, okay nochmal Und dann geht's die Treppen noch hoch Und dann geht's die Treppen noch hoch Lalalala So, die laufen nach rechts unten durch Das heißt, ich kann links rüber Vorbeilaufen Hm, aber anscheinend nicht Wieso sind denn die aufgeteilt? Ah, okay, da kann man drin sterben Ja, die splitten sich Hm? Mhm Diesmal kommt er nicht hier rum Einzelne Okay Dann können wir wieder raus Achso, dann gehen wir erst noch die Treppe hoch Äh, okay Habe ich wohl vorher übersehen Ähm, dann reden wir grad noch mit Der da I saw Zethron's Horde Describe it I, Ellaria listens to your description She writes everything down on a sheet of papyrus Interesting I thought it would be bigger than that I pictured a mountain of gold Instead, I wonder where it all went She has an assistant Bring you a few scrolls and trinkets This was useful information I hope this payment is adequate Mhm Okay Okay Gut Ähm Dann machen wir hier grad noch die Steigerung Ja, Stärke So, und das hier auf 6 hoch bringen Gut Ja, und dann würde ich hier erstmal einen Schnitt machen Und dann gucken wir mal Was als nächstes ansteht Ich kann nochmal die Library ausprobieren Ähm Aber da habe ich halt auch so ein bisschen die Befürchtung Dass es den Drachen triggert Und da muss ich wahrscheinlich verdammt viel Glück haben Naja, probieren wir mal im nächsten Mal mal ein bisschen rum Also, bis denn Wb Din Wb